Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma HWA. Hey Mann. Gordian. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr noch mal da seid. Gordian sagt schon, wir sind noch mal da. Da kommen wir später drauf. Wir mussten tatsächlich einmal gesundheitsbedingt ein Video letztes Mal abbrechen. Kam es uns auch noch nie vor. Aber ist nicht so wild. Diesmal haben wir mehr Zeit mitgebracht. Jetzt gucken wir mal, was hier in Arf Halterbach so geht. Was es Neues gibt, seitdem du das letzte Mal hier warst. Letztes Mal, das ist das Coole in Anführungsstrichen an meinem Job, dass man solche Firmen sonst nie zu Gesicht bekommt. Und das, was ihr ja wirklich gezeigt macht und so weiter, war schon ... Ich glaube, wir haben drei Videos geschafft an dem Tag. Ja, war viel zu zeigen. Es waren ein paar Highlights dabei. Und das, obwohl wir ja noch gar nicht so tief in die Materie von euch damals gegangen sind. Das war ja erstmal nur so ... Überblick. Was passiert hier so? Ne, ne, deswegen also ein paar Sachen hier vorne zum Beispiel. Hier im Hintergrund gucken wir uns gleich was an. Aber hier, GT2 von AMG, den entwickeln wir hier, produzieren wir auch. Aber in der Sonderlackierung von uns sozusagen umgesetzt. Sehr, sehr auswendiger Übergang. Ja, also von vorne blau auf hinten schwarz. Also, was ist hier das Thema? Das ist eben nicht nur ein einfacher Übergang, sondern da muss man wirklich verschiedene Farben, das sind bis zu sechs Lackierungen, verschiedene Töne zwischendrin. Genau. Aber das ist jetzt ein Showcar oder ein Rennauto? Das ist ein Rennauto. Wo ihr nur mal gezeigt habt, was geht? Genau. Da haben wir jetzt einfach mal unseren Lack sozusagen mal austoben lassen und die Jungs und Mädels da ein bisschen Freiraum gegeben. Und eben unsere Farbe hier, dieses Technical Blue, so nennen wir das, einfach mal ein bisschen variiert. Alter, wie geil dieses Auto aussieht, ne? Handwerklich auf jeden Fall sehr aufwendig gemacht, ja. Aber nochmal zur Basis, das ist GT2. GT2 heißt tendenziell viel Leistung, wenig Aero. Korrekt. Also, das Basisauto selber ist ein GT4, aber es hat einen anderen Motor, M178. Es sind auch einige andere Dinge geändert, speziell hier, was man so auch von außen sieht, Zentralradmutter, andere Bremsanlage. Das Auto hat, ja, viel Leistung, bis zu 800 PS. 800 PS? Ja. Und, ja, und von daher muss man da ordentlich abbremsen können. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Rennauto, muss man sagen. Und eben durch die Leistung und durch die, sage ich mal, geringere Aerodynamik zum GT3, ist es auch, ja, bringt viel Spaß beim Fahren. Und du sagst, anderer Motor drin. Das heißt, welcher Motor ist jetzt drin? M158? Nee, M178. Das ist im Prinzip eine Variation von dem aktuellen V8. Das Interessante an dem Motor, der ist aus dem GT Black Series, also ein sehr, sehr aufwendiger Motor. Hat er andere Kurbelwelle und verschiedene andere Besonderheiten. Dieser Motor ist eigentlich sehr selten so im AMG-Portfolio, aber in dem Auto verbaut. Haben wir gerade in einem der letzten Videos bei GRD unweit von hier drüber gesprochen, dass die auch tatsächlich in die normalen 4.0-Motoren die Kurbelwelle von dem Black Series anbaut. Ja, also das ist wohl nicht so einfach an die Wellen ranzukommen, aber es ist wohl machbar. Und da gibt es wohl einfach, wie er das genannt, 100 PS gratis on top. Also du machst an dem Motor nichts, baust nur Kohlewelle und passend dazu wegen Steuerzeit Nockenwellen und so weiter ein und bumm hat der Motor 100 PS mehr. Also schon der Wahnsinn, dass da Mercedes einfach nur für den Black Series, wo es ja wirklich fast keine Autos gab, wahrscheinlich aber auch mit dem Hintergedanken, dass die solche Autos bauen. Absolut, also das war schon auch geplant, das ist im Track Series ist der Motor verbaut, im Black Series und eben im GT2 jetzt auch. Und das ist dann jetzt aber ein Auto, was bis auf die Lackierung von AMG so kommt oder baut ihr die Autos hier auf? Ne, wir bekommen von dem Entwicklungspartner von AMG, also der den Rohbau fertigt, von dem bekommen wir den Rohbau so abgeändert, wie wir das gemeinsam definiert haben. Wir bauen das Fahrzeug hier komplett bei uns auf, also vom Rohbau bis zum Fahrzeug, so wie es hier steht. Und die meisten Komponenten, gerade auch die Außenhaut, das ist alles für dieses Auto entwickelt. Das ist Carbon Bodywork und keine Straßenzulassung natürlich. Das heißt also, wir produzieren diese Fahrzeuge hier bei uns. Ah okay, also das ist eigentlich ein GT2 von HWA, kann man schon so sagen. Da warst du noch gar nicht, da müssen wir nochmal runter dann. Also ich habe von dieser Fertigungsstraße gehört. Genau, also bis zu 120 Autos im Jahr können wir hier produzieren. In dieser, sage ich mal, Miniatur-Produktion. Und von daher sollten wir uns dann nochmal anschauen. Das heißt, da kommt sowohl GT2, GT3? Ja, also da könnten theoretisch vier Produkte gerade rauskommen. Also GT3, GT2, Track Series und GT4. Und in Zukunft vielleicht auch noch was anderes. Man sieht mal wieder, hier wird ein bisschen mehr gemacht, als man immer so, du musst das ja immer so erzählen. Und ich weiß immer nicht, was man so sagen darf. Naja klar, also das ist ganz klar, das ist eine Kooperation mit AMG. Natürlich, wir sind da der Entwicklungspartner, Produktionspartner. Aber ja, wir haben hier praktisch eine eigene, so eine eigene Mini-Produktion aufgebaut. Also es ist jetzt kein Förderband in dem Sinne, aber wir können da bis zu zwei solche Fahrzeuge die Woche fertigen. Und GT2 gibt es, wie der Name schon sagt, eine Klasse für. Kann ich den aufmachen? Ja, gerne. GT2 gibt es eine Klasse für und das ist dann genau nach GT2-Reglement gebaut. Genau, das ist jetzt FIA GT2-Reglement. Das ist im Prinzip, gibt es schon länger, aber momentan hat das einen Aufschwung, weil es, wie gesagt, eben leistungsstarke Fahrzeuge sind. Du siehst auch hier, ich kann dir das später genau mal zeigen, die Räder hinten sind extrem breit, extrem hohe Flanke. Also wir haben hier tatsächlich, brauchen hier viel Traktion, weil das Auto ja nur Heckantrieb hat. Und durch die hohe Leistung haben wir da auch einen hohen Verschleiß. Von daher, also das Auto bringt richtig Spaß zu fahren, ist aber eben vom Performance-Level unterhalb des GT3s. Und wenn sich jetzt einer bei euch so ein GT2 kauft, wie läuft das dann am Rennwochenende ab? Seid ihr dann auch vor Ort, um das Ganze zu reparieren, warten und so weiter? Oder ist das der Kundensport, wo die Teams selber ihre Leute mitbringen? Das ist ganz einfach erklärt. Also erstens, wir verkaufen das Auto nicht, wir produzieren und entwickeln das für AMG. Das heißt, AMG ist der Verkäufer. Die haben ihre Kunden, beziehungsweise das sind unsere gemeinsamen Kunden, würde ich mal sagen. Kunden in der ganzen Welt. Wir haben jetzt ungefähr 600 solcher Rennfahrzeuge, nicht jetzt GT2, aber 600 derartige Rennfahrzeuge verkauft in den letzten 10, 12 Jahren. Und diese Kunden betreiben dann das Fahrzeug. Wir als HWA sind an der Strecke vor Ort. Wir als HWA bringen praktisch Ersatzteile mit und bieten den sogenannten Kundensport-Service, CSP, das Kundensportportal an. Das heißt also, wir ermöglichen, dass Kunden sich wie in so einem Onlineshop dann eine Felge bestellen, Türverkleidung und eben auch koordinieren können, dass Motoren für Revisionen hierher kommen, Getriebe für Revisionen herkommen. Und bei Unfällen bieten wir natürlich auch an, die Fahrzeuge dann wieder instand zu setzen. Das heißt, wenn ich so ein Ding kaputt fahre, bestelle ich mir an der Rennstrecke das Teil und das Teil auch gleich mit dabei ist wie so Amazon Prime in der nächsten Sekunde. Also je nach Veranstaltungsgröße sind wir auch mit LKWs vor Ort. Also das ist Teil dieses Kundensportprogramms, was wir mit AMG zusammen machen. Und da gibt es Veranstaltungen, da sind wir mit LKWs, zwei LKWs teilweise vor Ort. Da kannst du hinkommen, Kreditkarte drauf, Felge her. Geil. Hier sehen wir, das wird wahrscheinlich auch Reglement sein. Luke im Dach, dass man raus retten kann im Unfalle. Ja, eigentlich gar nicht unbedingt jetzt zum raus retten, sondern es geht darum, dass wenn es hier tatsächlich zum Unfall kam und der Fahrer nicht unbedingt weiß, ob er mit dem Rücken ein Thema hat, dann kann man von oben eine Stabilisierung reinschieben, die dann praktisch den Rücken stabilisiert, um den Fahrer dann über die Tür rauszukriegen. Klar, zur Not kann man da auch raus, aber eigentlich ist es eher um, ja das ist praktisch so ein Stabilisator, so eine große Platte, die dann von oben reingeschoben wird. Wie viel AMG GT steckt sonst noch in diesem Auto drin? Gar nicht mehr so viel, oder? Ja, also sehr wenig ehrlicherweise, ja das Klassik natürlich. Wir haben hier viele Sachen nachgebildet im Interieur, aber eigentlich, ja es sind noch die Serientür, beim GT3 sind es andere Türen, Carbon-Türen. Hier ist es sage ich mal eine modifizierte Tür, der obere Rahmen, das ist alles aus Carbon, aber die Grundtür, Türgriffe, es ist auch so eine Vermischung. Also Lenksäule zum Beispiel, das sind Komponenten, die zwar von Mercedes stammen, müssen jetzt nicht unbedingt vom GT kommen. Leuchten, ganz eindeutig, also es gibt Übernahmeteile vom Serienfahrzeug, aber wirklich wenige. Und speziell so Thematik, ich sag jetzt mal, Querlenker, Achsen, Getriebe, so Achsschenkel, kann man so eine Serienachschenkel machen? Das kann man nachher oder sonst ruhig nochmal anschauen. Also Bremse auf keinen Fall, Radnahme, das siehst du, Zentralradmutter, das ist alles ein bisschen anders. Geil. Okay, aber der eigentliche Clou ist in dem Fall die Lackierung. Da muss man sagen, also das unterscheidet jetzt das Fahrzeug von allen anderen GT2, was wir jetzt gesagt haben, hey wir machen hier mal und toben uns da aus. Und wie gesagt, wir schauen uns nachher den Lack auch an. Okay, wir sind ja auch noch wegen einem anderen Projekt hier. Ihr habt da ja schon mal was gelauncht, würde ich es mal formulieren. So ein altes Auto mit neuer Technik. Da haben wir was zu erzählen auf jeden Fall und ich würde sagen, dafür gehen wir einfach in einen Raum, wo wir ein bisschen was vorbereitet haben. Da gibt es sogar schon was zu gucken. Also noch nicht alles, weil wir sind ja, wir bauen da das Thema gerade aus und wir schauen, dass wir, hier läuft gerade zufälligerweise was auf dem Screen. Aber ja, im Grunde ist es so, wir arbeiten am Showcar. Wir wollen natürlich zeigen, dass wir das Projekt umsetzen. Und wir haben jetzt einen Raum eingerichtet oder sind dabei, den einzurichten, wo man das Projekt ein bisschen besser erklären kann. Okay, dann gehen wir mal gucken. Gut, also jetzt gehen wir praktisch ins Innere der inneren Räumlichkeiten hier. Das Witzige ist, man weiß selber gar nicht immer, was hinter den Türen ist, weil jede Tür ist tatsächlich immer geschützt. Und selbst so, kann man hier so links gerade rüber filmen? Ja, logisch. Es ist halt wirklich alles so gebaut, dass man nicht weiß, was dahinter gerade gebaut ist. Weil Rennsport ist halt ein bisschen ernster. Ja, also hier geht es schon los, das Thema. Also du hast ja das angesprochen, EWO, HWA EWO wird das Projekt heißen. Wir haben hier einen originalen EWO 2 92. Die Autos wurden 500 Mal gebaut. Eigentlich 502 Fahrzeuge existieren alle in dem gleichen Ton, alles blau-schwarz. Ausstattungsvarianten gab es dann mit dem Karomuster oder eben Vollledersitze. Genau, das ist eine Leihgabe hier von einem Freund aus Hamburg und da sind wir auch sehr froh drüber. Das ist ein japanisches Fahrzeug, super gut erhalten. Jetzt müssen wir einmal kurz die Leute abholen und du musst einmal kurz erzählen, was ihr vorhabt. Genau, also was haben wir vor? Und dafür gehen wir gleich in den Raum, dann kann ich das ein bisschen besser erklären. Wir haben einfach das Gefühl, dieses Auto ist sehr ikonisch und kann unsere Geschichte ganz gut erzählen. Grundsätzlich sind wir bekannt im Motorsport, aber was wir so machen und wie wir so aufgestellt sind, ist den meisten nicht bekannt. Und wie gesagt, du sagst ja selber, wo sind wir hier, was, das macht ihr auch und solche Sachen. Das wollen wir einfach ein bisschen mehr nach außen tragen. Von daher war die Idee, wir starten unser eigenes Projekt. Und ja, das Projekt oder die Idee ist dann auf den Evo 2 gefallen, weil wir gesagt haben, mit dem Auto 1992 haben wir eigentlich schon so ein Meilensteinerlebnis gehabt. Also AMG war natürlich vorher schon aktiv. Logisch, alle kennen die rote Sau aus den 70er Jahren. Ganz spannendes Auto, aber eigentlich mit dem DTM-Einsatz in den 90ern oder Ende, also 80er, 90er Jahre, da ist irgendwie die Firma AMG auch nochmal stark geworden. Und ja, und jetzt haben wir halt gesagt, das Auto ist eigentlich cool, aber wenn man sich ehrlich ist und man im Kopf überlegt, der Evo, dann sieht der anders aus. Also wenn du den jetzt so siehst, bist du ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich. Das Auto ist doch relativ klein, sieht schon spektakulär aus mit dem Heckflügel, aber die Räder, alles ist so klein. Nach heutigem Standard ist das Auto irgendwie, ja, nicht mehr so spektakulär. Und wir wollen jetzt die neue Interpretation von dem Fahrzeug darstellen und zwar, wie man eigentlich dieses Auto im Kopf hat, nämlich schon maskuliner, breiter und stärker vor allem. Stimme ich dir überall zu? Ja. Also, nee, nicht ganz, also optisch immer wieder ein Highlight, immer wieder geil. Ich bin nicht ganz so, habe ich schon ein paar Mal gesagt, also ich verstehe diesen Hype hinter dem Auto noch nicht ganz so. Da muss ich erst reinkommen in diese Region, weil so ein Auto in dem Zustand, wie das hier steht, keine Ahnung, 200.000 Euro, 300.000 Euro. Also in dem Zustand eher mehr. Eher mehr sogar noch. Das ist halt die Geschichte tatsächlich dahinter. Für die Geschichte bin ich immer noch ein Tucken zu jung. Aber ein viel wichtiger Punkt, den du gerade noch gar nicht gesagt hast, ist wie so ein Auto fährt. Genau, das ist natürlich nicht ganz so spektakulär. Klar, der hat natürlich die höchste Leistung dieser ganzen Baureihe, also W201, so heißt die Baureihe, hatte verschiedene Leistungsstufen, Evo 1, alle möglichen Themen. Aber insgesamt ist das Auto ja nicht unbedingt hochperformant. Und ja, wir haben jetzt in den letzten 25 Jahren irgendwie ziemlich deutlich zeigen können, dass wir erfolgreich sind mit Motorsport und auch eben mit Performance-Fahrzeugen. Und deswegen wollen wir halt jetzt einen Evo entwickeln, der tatsächlich sehr gut fährt. Wir wollen kein Rennauto entwickeln, was für die Straße zugelassen ist, sondern wir wollen ein Straßenfahrzeug entwickeln, mit dem man auf der Rennstrecke richtig gut fahren kann. Und ja, da wird unsere DNA in das Auto einfließen. Aber lass uns mal rüber spielen. Wir gehen mal gucken einmal. Ganz kurz, hier nochmal. Hier ist das Thema, was ich oben angesprochen habe. Hier haben wir einen Kunden, der sich eine andere Farbe ausgedacht hat. Ach du Schabier. Also sowas gibt es auch. Ja, das ist ja mal für ein Rennauto. Also da muss dann ja wirklich alles egal. Da muss alles auch perfekt sein. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Ach, das sieht doch schon mal hier. Genau. Also das ist eigentlich ein ganz wichtiger Ort. Wir waren hier auch schon mal drin. Wir haben hier eins unserer letzten Videos sozusagen abgeschlossen. Für uns nach wie vor so ein mystischer Raum. Hier sind im Prinzip alle Fahrzeuge entstanden, die wir hier aufgebaut haben. Vom CLK-GTR über zuletzt halt auch die Apollos. Also hier auf dieser Messplatte bauen wir praktisch Fahrzeuge zum ersten Mal auf und schauen, ob alles funktioniert und klappt. Und was wir jetzt hier sehen, ist einfach ein 190er Chassis. Das haben wir zerlegt und gescannt. Das ist eins von drei Chassis, die wir bereits haben und überprüfen, weil auch damals die Rohbautoleranzen waren recht hoch. Und die CAD-Daten existieren ja gar nicht. Also von daher müssen wir die jetzt erst mal erstellen. So soll das Auto am Ende mal aussehen? Genau, das sind jetzt Designstudien. So, nach diesem Stand bauen wir jetzt gerade ein Showcar auf. Und ja, das ist der aktuelle Stand. Edgar Schuh ist der Designer dazu. So sieht das aus. Aber, habe ich richtig verstanden, ihr baut die ganzen Autos auf Basis von einem alten Kurs auf. Genau, also wir können hier mal so ein bisschen reinblättern. Also nochmal für alle zum Klarstellen. Hans-Werner aufrecht ist das A von AMG und damit der Gründer von AMG, aber auch der Gründer von der Firma HWA, in der wir uns ja heute befinden. Hier zeigen wir so ein bisschen, okay, wo kommt die Geschichte her, diese, sage ich mal, Signifikanz des Evo 2. Ganz klar aus dem Motorsport mit Klaus Ludwig, der 1992 da den Meistertitel gewonnen hat. Und wir da eigentlich auch sagen, ein Stück weit haben wir dieses Fahrzeug halt auch sozusagen nach vorne getrieben. Das ging dann noch bis 1993. Danach gab es dann den Modellwechsel. 1993 waren die letzten 190er unterwegs als Klasse-1-Fahrzeuge. Und jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Was haben wir jetzt vor? Also wir wollen jetzt praktisch Basisfahrzeuge nehmen und das ist kein Evo natürlich. Die sind viel zu selten und es wäre auch sehr schade, wenn man die zerlegt. Wir nehmen praktisch einen Basis 190er. Vielleicht jetzt nicht genau das Beispiel. Hier ist auch sehr viel Rost an dem Fahrzeug und Unfallkarossen sind auch nicht so ideal. Wir zerlegen das Fahrzeug, dann wird das praktisch komplett entlackt, der Rohbau. Und dann geht es richtig los, weil dann ändern wir den Rohbau massiv. Wir werden praktisch im vorderen Bereich eigentlich fast alles abschneiden, weil wir, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben das Fahrzeug gescannt, nachgebaut und dann auch virtuell gecrasht. Also wir fahren mit diesem Fahrzeug Crashtest digital, virtuell und konnten halt feststellen, dass nach heutigem Gesichtspunkt da auf jeden Fall was getan werden muss. Und ja, mit dem, mit diesem Umbau können wir uns auch andere Freiheitsgrade schaffen. Also das Fahrwerk hinten ist das gar nicht so schlecht. Vorne gibt es auf jeden Fall bessere Möglichkeiten. Und wenn wir jetzt einen neuen Vorbau haben, dann kann man da auch Doppelquerlenkersysteme einsetzen und einfach auch einen modernen Standard machen. Und da kommt natürlich so das Know-how auch rein, was wir jetzt die letzten 25 Jahre im Motorsport entwickelt haben. Wie soll so eine Kinematik aussehen? Weißt du, wie ist die Sturzentwicklung beim Einfedern? Was haben wir im Prinzip für Möglichkeiten, da ein performantes Fahrwerk zu bringen, das einfach gut fährt? Ein gutes Handling, auch das Lenkungssystem, das wird alles komplett neu. Ja, also ich könnte jetzt zwei Stunden erzählen, was wir hier vorhaben, aber das wird sehr spektakulär. Also habe ich richtig verstanden? Hier so? Genau, also vor der sogenannten Feuerwand wird praktisch abgetrennt. Dann gibt es eine Übergabestelle. An der Übergabestelle entsteht ein komplett neuer Vorderwagen aus Aluminium, der auch viel mehr Energie aufnehmen kann. Und wir wollen vor allem auch den Motor, das wird ein V6 Biturbo sein, den wir einbauen. Den wollen wir sehr niedrig und sehr weit nach hinten einbauen, einfach aus Gewichtsverteilungsgründen. Und um den nach hinten zu setzen, können wir uns das nachher nochmal anschauen, gibt es keine Ölwanne mehr, sondern einen Trockensumpf. Also wir machen hier sehr viele Sachen. Getriebe wird hinten sein, Trans-Axel, also ein Sechsgang-Handschalter auf der Hinterachse. Und um das da einzubauen, kannst du dir vorstellen, müssen wir nicht nur am Rohbau viel machen, sondern müssen auch einen ordentlichen Rahmen entwickeln, der das Thema dann aufnimmt. Das heißt, am Ende bleibt eigentlich nur noch die DNA des Evos in Form von ein bisschen Blech von dem 190er damals? Richtig, also eigentlich nur ein Teil des Greenhouses. Das wird natürlich verstärkt, weil es halt einfach viel zu weich ist und zu flexibel ist. Und das wollen wir natürlich ertüchtigen. Mehr Leistung, mehr Performance, das musst du alles irgendwie absichern und kompensieren. Von daher, da gibt es viel zu tun. Haben wir auch alles schon digital sozusagen erarbeitet. Und eigentlich bleibt nur das sogenannte Greenhouse. Also A, B, C-Säule, das bleibt vom Stil erhalten, die Scheiben und solche Sachen. Alles drum herum ist skaliert worden. Und ihr seht ja auch hier sind viel größere Rathäuser. Die Räder sind original. Hier sieht man es auch ganz bei den goldorangenen. Ja, also in der Farbe sieht es auch relativ spektakulär aus. Wie viel breiter ist der in Summe? Weil das sind ja schon locker 10, 15 Zentimeter oder was? Genau. Also pro Seite hinten 150 Millimeter. Genau. Aber nicht alles über den Radlauf, sondern die ganze Seitenwand kommt raus. Ach krass, stimmt. Hier oben sieht man es, ne? Genau. Hier oben sieht man, wie selbst die ganzen Türen schon eine Kante von oben drauf kommen. Genau. Also das Greenhouse bleibt, aber untenrum geht alles auf. Und das Originalfahrzeug draußen hat rund um 17 Zoll. Wir fahren jetzt vorne 19, hinten 20. Felgen sind schon da. Wir bauen ja gerade das Showcar. Also das wird schon spektakulär. Und diese ganzen Anbauteile, alles Neufertigung, Carboner, nicht? Genau. Alles aus CFK, ja komplett. Also bleibt wirklich nur noch das hier im Blech und alles andere in CFK. Genau. Und habe ich aber richtig verstanden mit TÜV das Ganze? Genau, mit Zulassung, ja. In Deutschland oder in Polen? Nein, nein, nein. Das ist eine deutsche Zulassung, also eine europäische Zulassung wollen wir erreichen. Es soll ein COC-Dokument geben. Das heißt also eine Neuzulassung in Europa. Sehr aufwendig. Auch abgasmäßig natürlich eine Herausforderung, aber das gehen wir gerade anders. Neuzulassung heißt, da steht dann HWA drin? Genau, es wird eine HWA-Fahrgestellnummer. Also man hat dann quasi wirklich HWA 001, 002, 003 und so weiter? Genau. Also 1 bis 100. 100 Autos davon. Genau, 100 Autos. Okay. Wie sind da so die Anforderungen? Weil es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt ein Auto nehme und umbaue und es einfach nur eingetragen haben will oder halt ein ganz neues Auto zu lösen? Also das Thema ist eigentlich die Summe der Änderungen, die wir machen. Also jede einzelne Änderung wäre wahrscheinlich möglich, aber die Summe der Änderungen. Und was man vielleicht nochmal erklären muss, ist also gerade so auch die, sag ich mal, kostenintensiven Themen wie Elektrik, ABS, ESP, das wird alles neu entstehen. Also hier ist kein Kabelbaum drin aus dem 190er, weder aus dem Spenderfahrzeug noch original oder so, sondern wir machen eine komplett neue Architektur. Das heißt, es gibt ein Body-Control-Modul, es gibt also ein neues Cluster sozusagen, also Kombi-Instrument. Das ist alles anders. Und vor allen Dingen ESP, ABS wird für das Fahrzeug entwickelt und ist jetzt nicht irgendwas aus dem Auto. Gab es ja auch mit ABS. Aber ja, das ist natürlich 40 Jahre alt. Zweikreis damals wahrscheinlich noch oder Dreikreis. Okay, ja, aber das klingt ja mehr als aufwendig. Wie lange seid ihr an dem Projekt schon dran? Genau. Also wir arbeiten jetzt ja offiziell wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr an dem Thema. Aber ja, wir arbeiten mit mehreren Leuten dran und das wird natürlich jetzt oder derzeit entsteht gerade eine heiße Phase. Wir müssen da voll reingehen natürlich. Weil ich wüsste gar nicht, wo man da anfängt. Also klar, in dem Fall haben wir ja gesagt, man fängt hier an. Das heißt als allererstes ganze Korsescan, dass man erstmal alles digital hat und dann fängt man da drin zu arbeiten. Das haben wir schon, da sind wir schon weit fortgeschritten. Da haben dann auch viele Konzepte gemacht. Wir haben dann erst geschaut, ist es wirklich notwendig, so viel Aufwand zu betreiben. Wir haben ein bisschen das Problem. Das Auto ist natürlich eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, dass es eigentlich performant ist, muss man ja sagen. Also es ist eine viertürige Limousine, die eigentlich entwickelt wurde in den Ende der 70er Jahre. Die ersten Fahrzeuge gibt es ab 84, meine ich. Also von daher wirklich schon lange her. Die Anforderungen waren damals einfach ganz anders. Wenn wir jetzt aus dem Fahrzeug ein performantes Top-End-Auto machen wollen, was irgendwo vergleichbar ist von Fahrdynamiken. Ich sag jetzt mal, ich lehne mich weit aus dem Fenster mit einem Cayman oder sowas. Dann müssen wir sehr, sehr viel machen, um das zu erreichen. Und wir glauben aber, dass wir damit halt vor allen Dingen auch unsere Fähigkeiten aufzeigen können, dass einfach auch nach außen bekannter wird. Was können die eigentlich? Also wir sind ja kein Tuner, sondern wir entwickeln Rennfahrzeuge. Wir entwickeln Rennmotoren vom weißen Blatt Papier, auch für namhafte Kunden Pagani und etc. Natürlich für Mercedes. Also grundsätzlich technisch sind wir in der Lage, das zu machen. Jetzt kommen natürlich die Herausforderungen der Zulassung, ganz klar. Das ist jetzt noch nicht unser Daily-Business gewesen. Und da ist auch tatsächlich die Herausforderung. Was ist schlimmer, mit dem Thema TÜV zu arbeiten oder mit einem Reglement zu arbeiten, was es für irgendeine Rennserie gibt? Ja, ist tatsächlich genau erkannt. Also im Grunde denkt man ja, wir lesen jetzt praktisch die Zulassungsanforderungen durch und wissen dann, was zu tun ist. Aber das ist halt eben nicht so. Und der Technische Dienst, wer auch immer das ist, TÜV, GTÜ, DEKRA, wer auch immer, die sagen einem ja nicht, wie man das macht, sondern das Einzige, was sie einem sagen können, ist, wie sie Dinge abprüfen oder so. Aber ja, damit muss man sich echt auseinandersetzen und Antwort beantworten. Ein Reglement ist meistens kompakter und eindeutiger. Straßenzulassung oder europäische Straßenzulassung ist immer noch mit Unterthemen verbunden. Also wenn du meinst, du hast es schon gelesen, dann gibt es noch einen Verweis in irgendeine andere Unterlage und dann wird es teilweise... Aber Kurzfassung wird ja auf jeden Fall sein, irgendwie Festigkeit von der Kauserie muss nachgewiesen werden? Genau. Also so klassische Themen, wir werden 20.000 Kilometer auf der Nordschleife fahren, um nachzuweisen... 20.000, oder? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was man sich selbst auch irgendwie vorstellt. Also wir sind ja am Ende auch ein Stück weit da produkthaftend. Und jetzt kannst du natürlich nur das abliefern, was irgendwie der technische Dienst will. Aber genau, wir haben da auch selber Vorgaben. Weil selbst zum Rennautos bauen oder wenn man es selber baut, man kennt das ja so... Man ist sich zwar 100 Prozent sicher, dass das, was man da baut, gut ist und genau so funktioniert. Aber 20 Kilometer Nordschleife mit einem kompletten CFK-Bodykit... 20.000! 20.000 ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, dass da nicht auf einmal irgendwo eine Naht aufgeht, dass nicht irgendwie mal irgendwas reißt und so weiter. Ja, also wir haben sowas auch schon gemacht mit anderen Fahrzeugen, also so ist es nicht. Und das Thema ist wirklich, du hast natürlich, wenn du da zwei, drei Wochen unterwegs bist auf der Nordschleife, um diese Laufleistung zu generieren, ist natürlich brutal, wie viel du da auch die Renn... Also da gibt es natürlich schon Rennfahrer, die sagen, ich würde da gerne mitmachen. Aber das ist natürlich auch anstrengend. Wir haben da viele Leute an der Strecke, du hast Material, Kraftstoff, also da passiert schon einiges. Und dann wäre es richtig, wie du sagst, dann wäre es natürlich scheiße, wenn du kurz vor Schluss dann herstellst, oh je. Hier reißt was. Weil das ist ja dann eigentlich ein Monat Durchfahren, ne? Wahrscheinlich für 20.000 Kilometer. Ja, nee, das kann man schon schneller erschaffen. Wenn es ein schnelles Auto ist. Ja. Aber hier sieht man nochmal schön, wie breit das eigentlich ist, ne? Also, guck mal, wenn man hier jetzt so sich überlegt, dass... Selbst das ist ja schon breiter hier, ne? Ja, hier ist schon verbreitert, also die Kante ist ja schon rausgezogen, aber ja... Man muss wahrscheinlich eher als Referenz die alte Heckklappe nehmen und sieht, wie breit das Ding wird, ne? 1.350 Kilo, ist so das Ziel? Genau, das ist das Ziel, ja. Und nach Möglichkeit 50-50, einfach wegen, damit das Auto am Ende auch noch performt. Damit, darum geht es uns. Gibt es, ihr werdet euch ja mit Sicherheit irgendeine Referenz gesetzt haben, wie dieses Auto am Ende so fahren soll, damit wir den Zuschauern irgendwie mal was... Was habt ihr euch da vorgenommen? Gibt es da eher eine Zeit, die man auf irgendeinem Kurs oder Nordschleife oder eher einen Vergleich zu einem anderen Auto? Genau, also ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir haben uns in allen Bereichen so zum Thema Komfort, Geräusch... Überall haben wir uns so ein bisschen so Produkte von anderen Herstellern ausgesucht und uns da so ein bisschen eigene Vorgaben, Prämissen gesetzt. Da würde ich jetzt aber ehrlicherweise nicht darauf eingehen, weil im Endeffekt das Ziel von diesem Fahrzeug ist es natürlich, Performance zu haben. Aber wir wollen hier keinen Rekordbreaker haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einen Nordschleifen-Rekord brechen, sondern das Auto soll einfach insgesamt stimmig sein. Man könnte natürlich viel mehr Themen machen, auch Aerodynamik und so, dann wird man schneller sein, aber das wollen wir gar nicht. Sondern es soll halt, wie gesagt, designmäßig stark an das Originalauto erinnern. Wir wollen damit zeigen, was wir können, aber das muss man schön vermischen. Aber jetzt so als Beispiel, wenn man jetzt mal einen aktuellen C63 nimmt, so schon schneller als sowas. Ja, also du hast ja gerade das Gericht angesprochen. Also es ist schon so Sinn und Zweck der Nummer, dass ich mit diesem Auto am Ende auf einen Trackday fahren kann und da Spaß habe. Und da auch dem einen oder anderen irgendwie ein Staunen ins Gesicht. Also da soll schon alles, was ihr rennsportmäßig gelernt habt, soll da definitiv reinfließen. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja auch DTM-Autos auf hohem Niveau entwickelt. Also natürlich nicht, wenn wir jetzt alles reinstecken, dann wird es ein Rennauto für die Straße, das wollen wir nicht. Also es ist ganz klar, ein Straßenauto, das Track-approved ist. Und letzter Punkt, wie ist dieses Auto dann konfigurierbar? Also wie läuft das ab von den 100 Stück? Man ruft hier an und sagt, ich hätte gerne einen von den Evos und kann sich dann alles aussuchen? Genau, also im Grunde ist das so, wir haben ja Autos schon verkauft, auch erstaunlich, wie die Resonanz auf dieses Fahrzeug ist. Also sind echt schon Autos von weg? Ja, ja. Immer Wahnsinn, dass Leute so viel Leidenschaft und Vertrauen haben, dass die gleich sagen, Alter, 714.000 Euro netto, bring rum, leg los so ungefähr. Ja, ich glaube für die meisten klingt das auch enorm teuer oder sag ich mal kostenintensiv, aber wie ich es ja gerade erklärt habe, wir entwickeln hier im Prinzip ein komplett neues Fahrzeug und das muss man eigentlich sehen. Ja, es ist designmäßig, Interieur, Exterieur wird stark an das Originalauto angelegt sein, aber hier sind Kotflügel, diese Scheinwerfer, diese ganzen Themen, ist alles neu. Also es ist eine Neuentwicklung eines Fahrzeugs. Ja, und vor allem gerade Rückleuchten, Scheinwerfer ist ja auch so eine Thematik, muss ja definitiv ein E-Prüfzeichen drauf sein, das heißt, die kann man ja nicht mal eben so irgendwie eine Form machen, dann irgendeine Linse reinkleben und sagen, so jetzt ist das toll. Ja, ja, nur um das mal so ein bisschen abzustecken, also allein Entwicklungskosten für so einen Scheinwerfer, jetzt lassen wir mal die Heckleuchten raus, das ist ein deutlich siebenstelliger Betrag. Und diese Kosten mit Abprüfungen, die musst du natürlich irgendwo wieder reinholen, also von daher, ja, also in Summe glauben wir, dass das Produkt sehr spannend wird durch die Limitierung, vor allen Dingen sehr interessant auch und das haben auch die meisten Leute erkannt. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass das nicht so wird, dass die 100 Autos alle in irgendwelchen Sammlungen enden, sondern dass es tatsächlich auch welche gibt, die am Ende gefahren werden, dass nicht so dieser ganze Performance-Aufwand, ich meine, am Ende kann es ja egal sein, ob es gefahren wird oder nicht, wenn ihr Autos verkauft, sind sie verkauft, aber es ist natürlich auch für euch schon geiler, dass das Auto gezeigt wird. Also wir haben auch, muss man auch sagen, die ersten Kunden sind auch Kunden natürlich, die uns nahestehen, also auch aus dem Rennsport kommen und da gibt es eindeutig mehrere Kunden, die jetzt gesagt haben, also für mich ist klar, ich will das Auto auch an der Strecke einsetzen oder bei Rennveranstaltungen, Bergrennen, was es da alles gibt. Aber echt 19 und 20 Zoll, das ist natürlich für so ein Ding auch echt schon groß, also jeder, der mal probiert hat, so große Räder auf sein Auto zu kriegen. Ja, du, das ist keine Frage, also wenn du hier das zum Beispiel mal anschaust und du willst jetzt hier eine 20 Zoll Felge mit einem ordentlichen, also klar, wenn wir jetzt hier von 25er Querschnitt oder 20er Querschnitt sprechen, dann vielleicht, aber wir wollen ja einen ordentlichen Flanken haben. 35er Reifen sogar drauf machen, ja. Ja, genau, ich zeige dir nachher mal das Rad, wir gehen jetzt sogar wahrscheinlich auf 285, 35. Genau, das geht natürlich hier nicht in dem Rad aus und deshalb ist auch die Hinterachse weiter nach hinten geschoben, um genau diesen Einstieg hier nicht total betäuben zu müssen, wird jetzt praktisch das Radhaus eigentlich grob gesagt so aussehen im Ausschnitt und dann ist ja die Seitenwand, geht so und so raus, da kommt eine CFK-Seitenwand mit einem CFK-Rathaus rein und das Rad ist eben nicht an der Originalachse, sondern die ist ja komplett neu, das heißt der Radträger, Radnabel, das sind alles Sachen, die überhaupt nichts mit dem Auto zu tun haben. Und halt auch Getriebe hinten hat halt auch so gar nichts mit dem Auto eigentlich zu tun. Also du musst dir vorstellen, hier ist praktisch die Antriebswelle vom Getriebe, kommt hier raus in einen gefrästen Radträger, da ist ein Radnabensystem dran, ein sehr spannendes, da ist eine Bremse drauf, die irgendwie nicht aus der Serie kommt und lauter so Zeug. Und dann kommt eben ein eigens dafür gefertigtes Rad. Gibt es übrigens drei verschiedene. Das wäre die Frage gewesen, ob die alle genauso aussehen oder ob man da schon ein bisschen variieren kann. Also das ist im Prinzip klar, in Farben kann man immer variieren, also das ist jetzt das Original 6-Speichenrad, so wie das Auto auch ausgeliefert wurde. Nur ein bisschen breiter, größer, konkav. Ja, genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Option. Hier sieht man halt schön, wie das Rad auch gleich ganz anders aussieht, wenn es konkav ist gegenüber draußen, wenn es nicht konkav ist. Flach, ja. Nee, und dann gibt es noch eine geschlossene Variante, die so ein bisschen so erinnert an das Rennauto der Zeit. Das ist praktisch schon komplett geschlossen, außenrum Öffnung. Das ist auch schon das Rad, was hier ist. Und dann gibt es noch ein Überraschungsrad. Aber sonst kann ich frei wählen, Farbe frei wählen, Innenraum frei wählen. Paint to Sample, du bringst uns mit, hier zum Beispiel dein Pullover und dann gibt es genau die Farbe. Aber das ist auch das Thema Lack und ich glaube, das sehen wir auch heute, was die Jungs und Mädels da machen. Wir arbeiten ja mit Lackherstellern zusammen, entwickeln Lacke tatsächlich. Gerade auch für die Fahrzeuge, die wir für Apollo lackiert haben, da war jedes ein Einzelstück und enorm aufwendige Lackthemen. Was von den ganzen Arbeiten wird alles hier in Affalterbach gemacht? Kurz gefasst, alles fast so. Nee, nee, also wir machen natürlich hier die Entwicklung, das heißt, wir überlegen uns, wie das alles abläuft. Aber die Produktion der Bauteile, das heißt, wenn wir hier so eine CFK-Seitenwand haben, für Showcar und so, das haben wir alles hier im Haus gemacht. Da haben wir auch entsprechende Kollegen, Kolleginnen, die das super können. Aber um das dann in der Stückzahl 100 zu produzieren, da haben wir hier auch im Umkreis viele Regionallieferanten, die das dann machen. Aber so Sachen wie den Käfig da rein, den Vorderwagen ran, so diese ganze Thematik Motor, Trockensumpf, Kabelbaum, Elektrik, das alles hier. Das wird alles hier entwickelt. Wann ist so grob euer Zeitfenster? Was denkt ihr, wann wird so das erste Auto ausgeliefert oder so diese erste Nummer Null am Fahren sein? Also Nummer Null am Fahren oder also Prototypen, das ist eigentlich schon das klare Ziel, dass wir Anfang nächsten Jahres da ins Testing gehen, dass wir dann eigentlich ein Jahr Testzeit haben. Und die ersten Kundenfahrzeuge sollen dann ab 26, vielleicht schon Ende 25, das erste Auto dauern. Habt ihr einen von den V6-Motoren auch schon hier? Können wir so ein Auto zeigen? Ja, haben wir mehrere. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal gucken. Hier warst du schon mal? Die haben wir Sitze gebaut letztes Mal, oder nicht? Genau. Da war doch der Carbonsitz. Hier, man sieht auch noch so ein bisschen die, oder? Ist das so eine Sitzform hier? Das ist so eine Sitzform. Das heißt also, Rennfahrer, die jetzt praktisch weltweit in diesen AMG-Produkten fahren, kommen hierher. Dann wird der Sitz oder der Körper sozusagen abgeformt, damit er ideal für den Sitz fitzt. Das heißt eigentlich die Carbon-Abteilung. Ja, das ist hier eine Radnabe, Radlagerung sozusagen, Radträger. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich sowas sehe, wenn man so die Größenverhältnisse von meinem Arbat oder so sieht. Klar, da hast du so ein Spaghetti-Gerät. Ja, gefühlt die eine Schraube davon ist das ganze Radlager bei meinem Arbat. So, das hier was Besonderes, das ist praktisch für den GT2, den hast du ja oben gesehen. Ah, das sind die besagten Teile, die er austauscht, ja. Genau, also neu entwickelt, ja, genau. Schmiedeteil, was dann gefräst wird mit bestimmten Adaptionen. Du siehst, hier kann man auch schimmen, also du kannst hier den Sturz noch einstellen. Dann aber Bremsluft, also es gibt praktisch zwei von innen, einen von außen. Und die gehen dann in den Bremsscheibentopf und dann auch in die Bremsscheibe selber. Das heißt, es drückt von innen nach außen richtig raus. Und das ist so ein typisches Teil, wo ihr gesagt bekommt, hier, wir bauen jetzt ein GT2. Das heißt, ah, okay, alles klar. Genau, da haben wir mit AMG dann zusammen beschlossen. Das ist hier so ein unique selling point. Das ist im Prinzip wichtig, auch vom Reglement her brauchen wir eine Zentralradmutter. Und da wird praktisch ein neues System entwickelt. Und vor allen Dingen, weil die Autos ja nun auf der Rennstrecke unterwegs sind, mit viel Leistung brauchen wir halt extrem viel Bremsenkühlung. Das ist echt nicht zu unterschätzen, welche Energie man da wegbringen muss. So in der Richtung kommt dann aber an den Evo zum Beispiel auch? Ja, genau so. Echt? So ein System wird es geben. Okay, aber dann stapelt ihr ja noch ziemlich tief mit, dass man da keine Rennstrecke mitfahren kann und so. Naja, also wir sagen, track approved heißt für uns, ich fahre damit auf der Rennstrecke. 24 Stunden tauglich. Naja, nicht ganz, aber ich kann damit auf jeden Fall immer ein paar Runden Nordschleife fahren, ohne dass irgendwas heißen. Weil das ist ja schon, also für mich ist das ja Rennsport pur, in Anführungsstrichen, vorsichtig gesagt. Ja gut, hier, ich hatte dir versprochen, hier... Warte, ich hab schon wieder so ein Detail gesehen. Was ist das? Also ist das irgendeine Verdrehsicherung? Genau, das ist im Prinzip die Montage für das Gelenk und eine Verdrehsicherung. Und damit man die praktisch immer wieder anbauen kann, weil das Gewinde halt nicht immer an der gleichen Stelle beginnt, gibt es eben die Verzahnung mit diesen Langlöchern. Das ist eigentlich, um den Sitz zu schützen. Das Aluminium ist ja super weich und das Lager eben natürlich extrem hart. Und du musst es dann rauspressen und rausschlagen können. Und damit nicht der Radräger kaputt geht, gibt es dann einen Einsatz. Wobei ihr tatsächlich ja wirklich jedes einzelne Gewinde auch schon mit einem Einsatz habt, ne? Genau, also das machen wir immer bei Aluminium, dass vorab Inserts da gesetzt werden. Und sonst schraubst du einmal rein und dann ist das Gewinde auch kaputt. Genau, ja, also ich hatte dir ja angedeutet, dass wir für das Showcar hier einige Teile auch bei uns im Haus fertigen. Jetzt haben wir hier gerade einen Grill. Also das sind alles so, sage ich mal, mehr oder weniger Einmalwerkzeuge. Da kann man schon eine ganze Reihe Bauteile rausholen. In dem Fall ist das der Kühlergrill. Ach, wie geil. Und was man hier schon so ein bisschen sieht, dass die Proportionen anders sind. Also jetzt haben wir leider keinen Originalen hier, aber das ganze Auto ist ja breiter. Das heißt, auch der Kühlergrill ist breiter, die Scheinwerfer sind breiter. Das haben wir halt überall so ein bisschen skaliert. Aber das heißt, das hier ist? Das ist so ein Schaum, also so ein Oriol-Schaum, der wird praktisch gefräst. Und in dem Fall ist das hier zweiteilig. Das heißt also, ran mal ganz kurz, genau, setzt das so auf, damit man dann den Überstand auch abformen kann. Und das ist jetzt schon beschnitten und fertig eigentlich zum Einsatz. Und eure Jungs und Mädels laminieren dann in diese Form direkt rein? Genau, das wird dann eben gewachst und ein Trennmittel geht da rein, dann wird das laminiert und ausgebacken. Ich finde einfach immer, man merkt beim Rausheben eines Teils, ob es halt ein Carbon-Optik-Teil ist oder ob da halt schon immer Leichtbau hinter steckt und es halt wirklich so gebaut ist, wie es maximal wenig wie soll, aber immer noch stabil ist. Also das ist ein eindeutiges CFK-Teil. Aber selbst das macht ihr jetzt nur für den ersten Prototypen fürs Showcar? Genau, auch hier die Haube, Türen sind hier noch, also da haben wir jetzt einige Teile gemacht, aber wenn es dann darum geht, das dann in hundertfacher Stückzahl und eben auch dann Ersatzteile zu produzieren, da gehen wir in ganz andere Werkzeuge, wahrscheinlich in CFK-Werkzeuge und da kann man dann auch mehrere Stück rausholen, ohne dass die Qualität schlechter wird und das machen Lieferantenfirmen. Vor allem, das ist ja ganz normales Handgelege auch, ne? Also das wird ganz normal händisch reingelegt und dann Vakuum gezogen und in den Ofen. Boah, die sind aber echt gut aus, die Teile für. Ja, also die sind jetzt tatsächlich nicht im Autoklave gewesen, die haben wir praktisch über ein Infusionsverfahren wird das hier gemacht, weil das eigentlich hier, sage ich mal vor Ort jetzt das Unkomplizierteste ist. Wir haben bis 2016 auch zwei Autoklaven gehabt, haben uns dann aber entschieden, dass wir derartige Fertigungen einfach nach außen vergeben. Aber wer weiß, vielleicht kommt das wieder. Cool. Und Lack macht ihr auch komplett selber? Ja, genau. Das haben wir hier alles. Ihr lackiert auch mehr, als man eigentlich denkt, um das mal so vorsichtig zu sagen. Also das eine oder andere Auto ist hier schon durchgegangen, was auf der Straße fährt, was auch bei euch lackiert wurde. Ja, genau. Also wir machen hier auch Lackierarbeiten, sage ich mal, für externe Firmen und Unternehmen. Genau, wir haben einen relativ großen Lackbereich, wir haben drei Kabinen, wir haben wirklich, wir gehen ja gleich mal durch noch und treffen auch unseren Kollegen, den Meister hier sozusagen. Und ja, es würde schon sagen, dass wir nach außen hin zeigen konnten, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualität haben und hier wirklich auf Top-Level Lackthemen ableisten. Wir machen auch Dinge, die andere eben nicht können und wir haben viele Kunden, die wir unterstützen bei Sachen, die sie nicht gelöst kriegen. Wie viele arbeiten hier allein nur im Lack? Mehr als 20 Leute, ja. Und hier habt ihr auch vorne den GT3 lackiert mit den Übergängen? Den GT2, genau. Den GT2, sorry. Wir haben die Übergänge hier lackiert, wir haben eben alle Apollos lackiert. Vielleicht können wir danach auch noch mal kurz so ein Auto sehen, dass man da sieht, was für ein Aufwand dahinter steckt. Ja. Also, ihr habt gehört, ein Apollo ist ja auch noch da und da können wir vielleicht auch mal. Ja, wir haben zurzeit drei Apollos, ein D-Thomaso und den Prototyp, den Apollo Evo. Also, wir haben hier wirklich gerade spannende Fahrzeuge. Vor allem, Apollo ist ja auch Vollcarbon, also da geht es wirklich dann um die Carbon-Teile. Ja, klar, da geht es darum auch, dann eben das Gelege so zu haben, das ist praktisch transparenter Klarlack, dass man es auch durchsieht, das wirst du nachher sehen. Es ist nicht farblich überlackiert, sondern wir spielen da mit dem Material und Farben und auch noch mit changierenden Lacken. Also, das ist schon wirklich High-End Handcraft. Also, schon keine Normallackiererei, sondern schon bei einem Apollo kosten diese Autos nicht drei, vier, fünf, acht Millionen? Also, acht nicht, aber geht auf jeden Fall so in die drei bis fünf Millionen. Und da sind auch Lackierthemen dabei, die dann halt drei Monate dauern. Ja, guck mal, hier sind auch noch mal schon Musterlacke für den Evo, hatte ich ja angesprochen. Da versuchen wir jetzt gerade alte Lacktöne sozusagen zu modernisieren. Walter, da habt ihr im Prinzip mit dem Lackhersteller euch was ausgedacht, dass der Ton zwar der gleiche ist, aber halt irgendwie die Agilität ganz anders ist. Also, der Schatten und das Licht ist ganz anders als bei den Standardlacken. Und da macht es auf jeden Fall Spaß, jetzt mal was auszuprobieren. Und das war mal eine originale Benzfarbe in der Richtung? Genau, also es gab auch den 190er tatsächlich. Das heißt, glaube ich, Distelgrün oder so. Aber der ist eigentlich relativ, sage ich mal, unspektakulär. Der ist so ein bisschen matt. Und selbst wenn man der Metallic-Effekt erhöht oder so, aber so richtig spannend wird er nicht. Und der Lack, das sieht man jetzt vielleicht auf der Kamera nicht, aber wie gesagt, Schatten und Licht ist so deutlich, so unterschiedlich, wird ganz spannend, der Lack. Das ist ganz cool, wenn du das mal so hinstellst und kein Licht drauf fällt, dann ist es eigentlich wie schwarz. Ein bisschen wie so eine Handyfolie, wo man kaum drauf gucken kann. Genau, so und dann siehst du aber trotzdem, also der Kontrast ist zwischen Rot und Blau. Auch sehr aufwendig zu lackieren. Und wie gesagt, du siehst ja auch einfach nur so vom Finish schon. Vor allem, das sind ja etliche Schichten auch, alleine vom Abkleben her, dass man erst die Schicht, dann die Schicht lackiert und am Ende nochmal einmal Klarlack rüber. Jetzt hast du uns heiß gemacht, jetzt wollen wir einmal kurz Apollo sehen. Ja gut, hier sind wir jetzt in der geheimen Halle sozusagen. Nochmal zum Thema Lack. Also wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben hier ein Exemplar, was wir zeigen dürfen. Da haben wir zusammen mit Apollo und Norman und Stefan Burger und den Kollegen, ja, für diesen Kunden was ganz Besonderes entwickelt. Hier sind praktisch, ach du Scheiße, zwei changierende Lacke. Also einmal der etwas dunklere in der Mitte und auch hier in den hinteren Teilen und dann im vorderen Bereich, also. Also das ist definitiv, ich glaube tatsächlich das erste Mal, dass ich so ein Auto live sehe. Also den Typ von Auto E auf jeden Fall, bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon Apollo gesehen habe. Aber das ist ja eigentlich kein Auto mehr, das ist ja eigentlich mehr irgendwie Kunstwerk. Also es zählt, glaube ich, mehr als Kunst als Auto. Ja, kann man schon sagen, ist schon eher ein Ausstellungsstück. Aber es ist natürlich entwickelt worden als Track Car und ist damit auch sehr performant. In der Optik. Und hier sieht man das ja, vielleicht kommst du nochmal ran. Das ist alles Vollcarbon? Genau. Und man hat hier praktisch mit transparenten oder gefärbten Klarlacken gearbeitet, die dann aber sozusagen eben changierend sind und das auch in verschiedenen Graden. Also hier ist ziemlich deckend, hier ist viel Farbe drin, es wird dann immer mehr. Hier zum Beispiel ist ganz wenig drin. Vorne läuft es auch zusammen. Also schon. Und aber diese Linien, die ich jetzt sehe, das ist das Carbon-Gewet darunter? Genau, das ist jetzt dieser besondere Pattern sozusagen. Aber, Gordon, ganz ehrlich, wenn da irgendwas dran ist, das ist ja Großbaustelle, oder? Also da kannst du ja nicht mal eben jetzt hier irgendwie... Nee, dann ist es schwierig, dann muss man wahrscheinlich sogar neu lackieren. Teil ersetzen und neu lackieren. Hier ist noch was ganz Spannendes. Hier ist ein selbstleuchtender Lack. Den haben wir auch mit einem Lackhersteller zusammen entwickelt. Können wir leider jetzt nicht anschalten. Das heißt, hier ist keine LED oder so drin, aber der Lack ist praktisch kupferbasierend und leuchtet selber. Die Firma Apollo ist hier praktisch auf uns zugekommen vor einigen Jahren und hat da die Idee und das Design mitgebracht. Und wir haben dann gemeinsam dieses Auto entwickelt. Also tatsächlich ein eigenes Monocoque für das Fahrzeug entwickelt. Alle Trennungen, alle Komponenten, elektrische Systeme. Da ist schon sehr viel Arbeit hier von uns gemeinsam mit Apollo reingegangen. Das heißt, die Autos wurden auch hier zusammengebaut? Genau. Also wir haben das hier in gemeinschaftlicher Arbeit, hier auch in dieser Halle wurden diese Fahrzeuge gebaut. Wir haben in Summe jetzt elf Fahrzeuge aufgebaut. Drei von denen sind jetzt hier weltweit. Eins dürfen wir nicht zeigen. Das hat der Kunde selber noch nicht gesehen. Das ist jetzt das letzte Fahrzeug, soweit ich weiß. Also Grüße gehen raus. Sieht auf jeden Fall mega aus. Ja, also auch nochmal extrem spektakulär. Sogar fast eher. Also das ist ja wirklich schon, mehr geht nicht. So in Sachen Farbe, Proportion ist für mich mehr Kunst als Auto. Aber das ist für mich richtig wieder ein Tucken mehr Bad Boy. Also ich will es jetzt auch nicht irgendwie übertreiben, aber bis vor kurzem stand hier auch noch der D-Thomaso P72 genau hier. Auch ein sehr spannendes Projekt. Kannst du nachher vielleicht mal einblenden. Und hier im hinteren Bereich gibt es noch ein spannendes Thema. Das schauen wir uns aber jetzt auch im Detail erstmal nicht an. Ist das hier aus dem Vollen gefräst? Genau, das ist eine Titanenblende aus dem Vollen gefräst. Unfassbar aufwendig, aber das macht es natürlich. Unfassbar günstig. Ja. Was kostet so ein Auto, wie er hier so steht? Ja, also mit dem Lack natürlich mehr, aber so eigentlich zweieinhalb Millionen in die Richtung geht das. Wie viele Stunden gehen da in so ein Lack rein? Aber das ist ja jedes, du musst dir ja jedes Einzelteil immer erstmal überlegen, wie du es lackierst. Also auch, du kannst das ja auch gefühlt nur am Auto, also du kannst es natürlich nicht am Auto lackieren, aber du musst dir am Auto überlegen, wie du es lackierst, damit diese ganzen, ja, damit diese Übergänge passen. Das ist auf jeden Fall nicht so, dass man das jetzt irgendwie beiseite legt und heute lackiere ich mal die Seite und das. Da gibt es auch Themen, die du dann wirklich durchlackieren musst. Also wir reden hier eigentlich von mehreren Wochen, Monaten eigentlich. Das ist schon sehr, sehr viel Aufwand. Ja, unfassbar. Hast du mich tatsächlich echt sprachlos gemacht. Ja, Gordian, V6, wie du? Genau, das ist praktisch der Motor oder einer der ersten Testmotoren jetzt, der aufgebaut wird für den HWA Evo. V6-Biturbo, richtig, sehr kompakt, 60 Grad Bankwinkel, sieht man hier, sehr schmal oben raus. Das ist ja jetzt umgedreht, weil wir hier jetzt gerade eben einen Trockensumpf entwickeln. Wir wollen ja keine Ölwanne, damit der Motor möglichst niedrig eingebaut werden kann und dann auch richtig weit nach hinten versetzt. Der sitzt dann hinter der Vorderachse. Wo ist der ursprünglich verbaut gewesen? Der ist in verschiedenen Mercedes-Modellen verbaut gewesen, aber wir haben eine besondere Ausprägung, die wir als Basismotor nehmen und die verändern wir natürlich relativ umfangreich, damit wir die sozusagen den Motor so nutzen können, wie wir das wollen. Was hat der in der Basis an Leistung gehabt? In welchen Variationen gab es das? Ja, also so 400 PS. Okay, also ist schon leistungsgesteigert für eure 485 PS. Ja, also... Schon ein bisschen mehr. Genau, 450 bis 500, da müssen wir jetzt mal sehen, wo wir rauskommen am Ende. Es geht ja auch darum, eben die Zulassung zu bekommen, abgastechnisch und so. Aber in dem Bereich wird es auf jeden Fall liegen und ich meine, du kennst dich auch aus mit V6-Motoren, da steckt noch viel Leistung auch drin. Gerade aufgeladene Motoren, ja. Ja, also ich sage immer, Turbolader ist das A und O, weil da ist die Stellschraube nach oben immer relativ einfach. Aber andererseits wiederum, deswegen bin ich mal gespannt, aus einem Serienmotor, ja, wie ich euch kenne, einen rundstreckentauglichen Motor zu kriegen. Ich meine, der Trockensumpf wird schon mal der erste Schritt sein. Genau. Da bin ich gespannt, was am Ende geht. Ja, es war mal wieder höchstgradig interessant hier. Super, vielen Dank. Wir haben wieder ganz, ganz viel gesehen. Auf jeden Fall geiles Projekt, finde ich cool, so alte Korserien, so nenne ich es jetzt einfach mal wieder so aufleben zu lassen. Wir bleiben am Ball. Das heißt, Plan ist, es gibt bald einen ersten Prototypen-Showcar. Showcar, genau. Da werden wir gucken natürlich, dass wir das auch schnellstmöglich dir zeigen können und dich dazu einladen. Und dann geht es natürlich weiter zum Prototyp und Testing und so weiter. Also da sollen alle dabei sein. Aber frühestens nächstes Jahr, so lange dauert das schon. Ja, also genau. Es gibt noch viel zu tun. Klar werden jetzt Motoren auf den Prüfstand kommen. Es wird jetzt im Prinzip schon viel passieren. Aber das richtig erstes fahrendes Auto, mit dem wir sinnvoll testen können, wird es eben ab nächstem Jahr, Anfang nächsten Jahr geben. Aber in diesem Jahr schon das Showcar, das auch schon auch einen Motor in der Art und Weise im Fahrzeug hat. Weil wir wollen ja ein bisschen... Also soll auch Rollen fahren können. Das fährt auch, genau. Aber halt noch nicht so, der Umbau ist noch nicht so, wie wir das jetzt vorhin beschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Danke mal wieder fürs Zuschauen. War mal wieder extrem lang, extrem interessant. Immer wieder einfach geiler Betrieb. Immer wieder geil. Du machst die Tür auf und weißt nicht, was das Nächstes kommt, wie mit den Apollos vorhin. Deswegen auch... Ja, das war ein Zufall heute. Das war mega. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.